Falls ihr auch zu den Unglücklichen zählt, die den Bordstein mit der Felge geküsst haben und jetzt einen Bordsteinschaden an der Felge haben, zeige ich euch in diesem Video ganz genau, was ihr tun könnt, um selber den Schaden zu beheben. Niemandem gefallen solche Kratzer. In der Tiefe ist der Lack abgeschabt. Ich zeige euch, was wir jetzt tun. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein Lackstift in Felgenfarbe, ein Klarlack, ein Schmirgelpapier mit einer groben 60er Körnung und ein Schmirgelpapier mit einer feinen 600er Körnung. Zuerst schleifen wir mit dem groben Schmirgelpapier vor. Anschließend mit der feinen Körnung einfach nochmal nachpolieren, dass es eine glatte Fläche ergibt. So, wir nehmen jetzt den Lackstift und tragen den Lack auf. Am Ende noch den Klarlack über den fertigen Lack drüber, wenn dieser ausgehärtet ist und fertig ist das Ergebnis. Hier war der Lackschaden, er fällt kaum noch auf, von weiter weg ein tolles Ergebnis. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen.